Platine reinstalliert Nächster Halt Flugdeck Monorailsteuerung Muss ich da rein? Entschuldigung Fahren die ohne... Wir sind an Bord Das Dach wurde getroffen Aber es ist noch intakt Die Quarantäne ist aufgehoben Der Weg zum Hangar ist frei Aber die Kommunikation ist tot Seid vorsichtig Wie ist der Plan? Du und Johnston repariert die Killian Wir melden uns auf der Brücke Standard Notfallprotokoll Kehren zu Killian zurück Okay, das macht er auch Das ist nur ein bisschen Ich weiß nicht, nur ein bisschen Nein, ein bisschen Chad, ich brauche eure Hand Israel, ruhig Wann, warte Wann, warte? Wann, warte? Wann, warte? Wann, warte? Wann, warte? Wann, warte? Oh, es handelt? Isaac, wir sind auf der Brücke Aber wir sind keine Überlebende Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen Oh, hier waren wir am Anfang Wie viel Kinder hat den Eindruck Sehr leise Brenda Storytime! Storytime! Er hat sich ausgezogen Was hast du da? Ist das Blut? Hayley, hör mir zu. Die Nishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellien reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Der reicht jetzt. Da ist er. Oh Gott. Der Singularitätskern. Der Singularitätskern. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Oh no. Oh, das ist ein Wunderkammel. Oh, du armen, schwaches Willen. Dankeschön. Was ist denn da? Elf Hayley, die Prager. Wir haben Schützen verloren. Die Kellien auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Die Kellien war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptweg sein. Was bin ich denn? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Käpt'ns. Suchen wir Käpt'n Matthias. Track sein Rigg. Okay. Okay. Hier. Käpt'n Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Suckert den Käpt'n. Oh Gott. Oh nein. Isaac. Oh no. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Käpt'ns und hol dir sein Rigg. Mit den Codes können wir... Was war das? Jim. Heaven, go! Jetzt. Anhalt. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Das machen wir jetzt. Was ist unser Ziel? Raus hier. Jetzt zur Krankenstation. Okay. Gehen wir zur Krankenstation. Egal. Das ist die Krankenstation. Aber... Wir sind smart. Und speisern. Wir sind vielleicht... Ist das ein Mensch? Scheiße. Oh fuck. Mann. Was? So. Kapitel 1 ist durch. Ist ganz nice. Kapitel 2 Intensivstation fängt jetzt an. Oh Gott. Oh Gott. Intensivstation. Und was steht da? Setzt du Chineser an um Gegenstände zu bewegen? Zielen? Die Chinese Hand... Wie benutze ich den? Ja, aber das funktioniert nicht hier. Sie sind nur du erkennen. Ich bin ein Zauberer. Ein Zauberer. Wow. Was ist das jetzt? Ich will dich nicht. Tschüss. Ah, das ist ein Puzzle. Ich muss mal aufdenken. Puzzle. Ein Puzzle. Puzzle, Puzzle, Puzzle. Ich glaube, wir haben es geschafft. Scan rig to unlock workstation. No, there's no work on. So, nach hinten. Und dann das auch. Oh, hier ist was. Ich wusste, dass das hier was ist. Eine Bronze Halbleiter. No sound. No scary sound. Please no. Sie sind alle zurückgekommen. Ich darf sie nicht ummachen. Ist das eine Waffe? Wir haben jetzt eine krassere Waffe. Wir haben jetzt eine krassere Waffe. Shared. Wir können jetzt richtig pew pewen. Abriegelung der Station wird aufgerufen. Was ist da lang? Oh, so viel Blut. Oh, das ist gar nicht cool. Oh Gott. Isaac, hast du von Daniels gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nichts. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Wir haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja. Aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder. Vielleicht ein Schockpett. Vielleicht ist Nicole hier durch. Isaac, was uns angegriffen hat. Ich spüre dir das mal schön. Ich hab ihn sterben sehen. Wenn die Haare verbarrikadiert wird, dann vielleicht um etwas einzusperren. Let's go. Sorry, wir müssen hier. Wir müssen hier. Ich find's so toll, dass wir in dieses Game gezeigt haben, wie ich lang muss. Ihr wisst gar nicht, wie toll das ist. Finde ich. Ich bin immer so orientierungslos in Games. Was ist das? Oh nein. Oh nein. Wait, muss ich da jetzt hin? Muss ich da jetzt hin? No way. Ich will nicht. Oh. Wait. Why is he dead? Oh no. Holy shit. Oh fuck. Holy shit. Das Timing. Ich weine. Guck mal, Chad. Holy shit. Ich weine aber auch vor Lachen. Das war so fies. Ich hab gedacht. Ich hab wirklich gedacht. In dem Moment, wo ich ihn getreten hab, hat er angefangen zu schreien. Ich dachte, ich hab was falsch gemacht. Jetzt sind wir alle wach. Jetzt sind wir alle wach. Wie geht's eigentlich so, Chad? Oh, wohin muss das? Oh, ich ruf den. Ah, nach oben. Okay, okay. Wie der geflogen ist. Wie so ein Lizard. Einfach. Wo muss ich an dir? Halt er aus. Okay. Oh, da komm ich nicht hin. Das ist gut. Hallo, da. Ich finde ein Hydrazitank. Eww, was ist das? Eww. 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 Alter, wie macht ihr das? Wie macht ihr das mit diesem fucking... Holy shit. Ich kann nicht... Oh, Leute, es ist wirklich... Ach, Mann. Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Eintritt in Baku. Scherelosigkeit aktiviert. Was ist das? Was ist das? Wait, was ist das? Ende des Baku. Oh, das war ja voll interessant. Oh, ich kann fliegen. What? Wow. Yo. Ey, das sieht richtig schön aus. Wir sind in so einer Kapsel, Leute. Das sieht toll aus. Kann ich kicken? Oh, das sieht so cool aus. Wie geil ist das denn? Und es fühlt sich richtig cool an. Also, es sieht nicht nur toll aus, es fühlt sich auch toll an. Wow. Das reicht doch. Was muss ich machen? Bist du noch? Schwerelosigkeit deaktiviert. Ey, das war toll. Nochmal. Nochmal. Sag ich jetzt mal. Hast du die Kau genommen? Ich brauche keine Spur von mir. Aber ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich muss nur noch einen Schockwert finden. Okay, jetzt bin ich hier drin. Und jetzt... Wieder raus. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ey. Ey, tippst du? Lebst du? Lass ihn uns angucken. Wir können ihn jetzt angucken. Ich glaube, ich höre hier auf an der Stelle. Ich weiß noch nicht, wo ich speichern kann. Hoffentlich. Ja, das sieht auf jeden Fall aus. Als könnte ich hier nicht speichern. Was zur Halle? Das ganze Schiff hat gewackelt. So, ich seh mir das an. Eintritt in Baku. Oh, das ist wieder so ein Ding. Ähm, 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 wo muss ich lang? Ah, hier. Ist das eine Tür? Ich weiß nicht, wo muss ich lang? Ich muss hier kurz nochmal raus. I don't get it. Ändritt in Baku. Wait, ich musste abheben. Eintritt in Baku. So... Ah... Geh... 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 Fuck you. Oh, don't freak! Ein Tripp in Baku. Das hat mich grad voll verwirrt. Kann er ein Vlies speichern? Oh Gott! Warum bin ich aus der Kabine des Kettens raus und... Das Ding hat mich fast erwischt. Alles okay? Ich hab ihn in einer beschädigten Rettungskapsel eingesperrt. Der Knut wie... Das ist Wahnsinn! Schnell, Isaac! Was für schnell? Scherelosigkeit deaktiviert. Kann ich hier speichern? Bitte, bitte lass mich speichern. Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Okay, so, dann. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, oder? Das war schon gut weit, oder? War doch erfolgreich bisher. Dankeschön, dass ihr heute dabei wart beim Let's Space Spielen. Dankeschön, dass ihr das mit mir ausgehalten habt und mit mir gespielt habt. Ich habe mich wirklich schon so lange auf das Game gefreut. Dankeschön. Bye-bye. Bye-bye-bye-bye. Bye-bye-bye. Bye-bye-bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Untertitelung. BR 2018